Ich kann das ganze Projekt nur empfehlen, weil man total viel lernt, mit netten und interessanten Menschen zu tun hat und man auch wenig Voraussetzungen dafür mitbringen muss. Also ich würde sagen, eigentlich kann jeder Mensch, der da ein Interesse dran hat, das machen. Und man ist auch nie alleine und hat da immer Unterstützung. Und es ist auf jeden Fall eine super Sache. Kann ich nur empfehlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017